Kies hab ich nix, Werkzeug hab ich auch nix, Erz, damit mal hier Eisenbachen, Lehm, nein, Sand, roter Sand, Monster hab ich nix, Zaubern hab ich nix, Brauen hab ich nix. Wo sind denn eure ganzen Bücherregale? Ja, die sind da, oder? Ja, die sind da. Zum Glück haben wir die immer gleich gesetzt. So, ich bin in unserem Biom zumindest schon mal. Null Pflanzen. Machen wir uns da an. Nee. Nö. Nö. Aber wir können ja schon wieder ernten. Es ist Erntezeit. Achja, das Karotten auch mal ein bisschen ernten und Kartoffeln. Ich hab schon fünf Kartoffeln, ha, ha. Sind wir nicht toll, wenn wir fünf Kartoffeln. Oder ich liebe dich. Nein. So. Oh, es wird schon dunkel. Ja, auch in Rier, halt. Winterzeit halt, ne? Das pisst mich irgendwie an. Ich bin grad ein bisschen. Ich konnte ne Stunde, äh, länger schlafen und bin deswegen um sechs Uhr aufgewacht. Das pisst mich irgendwie an. Alles. Ich muss mehr fahren, lieber. Tja. Aber wir müssen noch eine halbe Stunde aufnehmen. In halben Stunde muss ich losfahren. Ja, dann können wir ja noch die halbe Stunde aufnehmen. Wir brauchen genau 90 Minuten für die neuen Folgen. Ich bleibe genau 99 Folgen und die Hundertste wird ja dann ein live stream. Nö. Kann man machen? Ich schlauble. Jaaaaa. noch die wir hier mal die Kartoffeln einschmeißen dann auf den Kartoffeln so kann man andere Musik du hast doch jetzt in der Musik angeben hast du dich unter gelangen ja ein Lied nimm das mal für Dinge ein Lied und das war für die Münze M M M M M also er hat er an der Verordnete Oase so vor Ort hier um die Bäume ich glaube ich weiß wovon du kommst von der ganz anderen Seite als da als du gedacht hast oder es ist hier überhaupt keine Lust von davon oder nein ich glaube es ist doch eine andere Verordnete Oase ist das rosa gefärbte ich weiß die Diamanten mal raus ne ja auf jeden Fall ich weiß das Schwarzpulver raus nein Junge ein Schwarzpulver also bitteschön ja wir wollen doch was in die Zombie-Truhe tun ich sehe unser Haus ich sehe unser Haus ok von wo doch von der Richtung auch von da vorne oder von hier von hinterm Leuchtturm ok dann von da vorne ja ja ich sehe unseren Steinbruch ich sehe das Loch unser Lebenbruch der Steinbruch ist woanders unser Lebenbruch in das Loch was ich jetzt eindringen werde Alter was denkst du immer so versaut nein die ganze Folge schon das geht ja gar nicht aber wenn du in ein Loch eindringen willst ich werde dich erwarten habe ich nicht gelangt aber jetzt hast du plötzlich ins Kind ja ich habe ins Kind ganz toll nur bei mir hat er sonst immerhin gelangt so von der Nacht ich werde ziemlich viel Kacke des Ofen ausdaten ja vor allem Kohle mal das ist mein Ofenkartoffeln ja lecker lecker wenn die aussehen das ganze Fleisch das ist überhändert ja wie die aussehen die Ofenkartoffeln ja gell ach du hast jetzt auch das Floß drin ja einmal hier 64 ich habe nur 64 Eisen aber das ist alles nix im Anus ich weiß auch ein bisschen Ding ins Stein mal rein ja ha 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 light show wortel das weiter wohl was macht man die Türe zu du warst ja noch bin als ich dann die Tür vor deiner Nase zu klatschen ja das ist für wenigstens freundlich gewesen dann hast du schwierigerweise Fäden irgendwo ne die habe ich halt eben rausgeschmissen naja ich bin wohl erzten 0 0 0 jetzt wollte ich nämlich trinken und auch wenn die Männer alle und Bogen bauen kann ins Genick Diamanten nämlich nur aus Kürbis kommt unter Pflanzzeugen Kürbis kommt ich habe ein Sattel Kürbis kommt er hin unter Pflanzzeugen ich bin ein Abenteuer und die Schattel äh wie ist Schattelparte was die Schallplatte unter Pflanzzeugen ich bin ein Abenteuerreicher nur Ofenkartoffeln und ein Goldspferd Akazien setzen die pflanze ich jetzt ja aber er habe ich frage mich wie das jetzt aussieht ähm was war das F5 ne also Kettenhelm kann man ja nicht irgendwie machen oder also kann er keine Kettenhemd irgendwie machen leider oder mit Lohnruten noch mann warum ist es so scheiße teuer ich will Kettenhemd komm das Monster mal anmachen das Eisen ist ja gleich alles fertig gebrannt dann kannst du dir die Eisenrüstung wieder platzieren ich habe jedes Mal schon mal ein Gold damit werde ich jetzt mal ein bisschen fighten so das ist kurz vor Tagesanbruch hast du Monster an? ja ja du auf äh das ist jetzt nicht immer das Ding hin ja direkt neben meinem Friedhof ja man ich will ich weiß nicht wie ich will das sind ja Akazien ich will das wie übel fallen wenn die Akazien dann so über die Friedhofsmauer rüberwächst das will ich echt mega feiern ja ich auch aber oh Monster und von mir ist auch noch auf der andere Seite sind die Monster alle weg von hinten ja von hinten rein die das ist eine die Führung da um eine einzelne KZ nicht auf der Oma oder Leute und schwarze ich sehr aber das ist ja auch ein der Bruch über vierte Blumen ich habe nicht mehr einen Führung Führung L L L Lachnutzung auch manchmal, muss er auf Jürgen Lassau für die nächste Nacht an ja ich weiß ich habe es wieder schützt haben schon seit drei Jahren zu bitteschön da hat es natürlich an die Zirungsteher der Jury Checker und die Kasse sind keine Null drauf ja weil alles ausgefüllt war und geworden war Neues haben plötzlich vier Hungerbalken am Arsch so das ist auch noch ein paar Zürcher ja mann so ein halbherz wenn ich jetzt einmal schlecht und dann schmerz ich bin ich auch nicht im Goldschirm und Stiftung okay ich bin jetzt eh wieder vollgegenariert ich bin am Ende haben sie ja man sagt aber auch mal auszuprobieren Ein Obsidian fehlt. Na mein Freund? Was heißt? Geh weg. Alter. Schlägt er mich einfach. Schlägt er mich in den Ofenkartoffeln. Nein. Ich treffe ihn nicht. Lass mir den Feil nicht mehr laufen. Er ist nicht mann's genug. Ja getroffen. Richtig auch. Aber ich wollte dich treffen. Das ist das Wichtigste. Das haben wir noch einmal an meiner Wustung kaputt. Und das ist auch noch in meinem Friedhof. Das ist das Wichtigste. Untertitelung des ZDF, 2020